Okay, das heißt einfach nur einmal Clay. Haben wir noch Clay? Nein, haben wir nicht. Nur Monumentar ist voll mit sämtlichen Schrott. Na, gibt's doch nicht. Ich brauche neue Achsen demnächst. Ich brauche neues Alles. So. Dann haben wir das. Das kommt einmal da rein, bitte. Und daraus... Drei Stück brauche ich davon. Willst du mich veräppeln? So, Redstone, Blaze Powder und ein String. Da wir aber zwei Dinger davon brauchen. Brauchen wir auch zwei Strings und... Blaze Powder. Zwei Stück. Wunderbar. So, wie viele Redstone habe ich mittlerweile? Hm, elf. Äh, another Rack. So, wie hat man jetzt nochmal Clay gemacht? Ach, Sand einfach. Okay. Was willst du? Was lachst du so schon wieder? Hä? Willst du Ärger? Ja. Das ist aber nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut, wenn du Ärger willst. Oh. Kriege ich dann jetzt Ärger? Ja. Dann? Du kriegst ein Aufnahme, äh... Nicht Verbot, sondern hier Zwang. Das wollte ich sagen. Aber wie willst du mich denn zwingen? Geht er gar nicht. Ich sag deinen Eltern einfach Bescheid. Ich sag deinen Eltern einfach Bescheid. Geht nicht. Ich weiß es mir sowas von egal. Ich weiß es mir sowas von egal. Es steht eh noch nichts final. Also von daher... Äh... Wie funktioniert das nochmal, Davono? Wo er da wohnen, wie auch immer. Ich bin grad zu faul nachzudenken. What the fuck? Nein. Ich frag mich. Hä? Wo ist der denn jetzt hergekommen? Um the nowhere. Da muss eine Urne drunter? Hab ich doch gesagt. Ich kann die Urne nicht machen, weil ich kein Hibachi habe. Du Schlaumeier. Aber wenn ich wusste, wie du hergestellt hast, dann gesagt hast du, dass sie eine drunter muss. Es kann eine drunter gepackt werden. Ach, eine drunter. Ich kann sie ja nicht herstellen. Warum? Weil ich dafür Hellfire Dust bräuchte. Okay. Hab ich ja nicht gewusst. Ja, und das hab ich dir grad gesagt. Ja, jetzt gerade. Das hab ich dir eben schon gesagt, dass ich die nicht herstellen kann. Ja, aber warum wusste ich ja nicht. Äh, bei acht Stück gibt's Gas. Ah, okay. Gut zu wissen. Oh, ein Bumms. Jetzt bin ich ja durchgebacken. Äh, das heißt, wir brauchen... wieder... ...nen neuen Hopper. Äh, da hab ich doch mehr gemacht. Doch. Dann baue ich das Ding jetzt hier drüben auf. Damit nur das von Tom alles kaputt geht. Äh, ich mein natürlich damit nichts kaputt geht. Ich baue das nicht noch mal auf. Ich auch nicht. Dann bleibt Zeit so. Okay. So. Und wir haben acht Stück, nur acht. Was ist denn der Arcane Scroll? Okay. La, 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 la. Ähm, da läuft grad jemand. Äh, da wohin, wie funktioniert der Table? Ich hab vergessen, wie der funktioniert. Da, dann, guck mal. Hä? Hast du hier drin... Hast du hier drin grad Netherreal klein gecrushed? Was? Hast du grad grad Netherreal klein gemacht? Nö. Weil hier ist doch immer... Nee. Hast du hier drin? Das wird klein gemacht. Ja. Ja, hier spawnt doch immer ein Gas. Nein. Der ist, so, ist das Table direkt an die Welle. Ah, okay, gut. Und warum sollte denn hin? Achso, nee. Wir bauen gleich selber eine. Sind auch gleich da, aber danke dir. Das ist nicht das Quietschen. Das ist einfach, äh, die Gas, die grad... Oder das Netherrack, was grad quasi stirbt. So, und jetzt? Oh, ich seh, ey, gut. Passiert irgendwie grad nichts? Mach mal von unten. Okay. Äh. Da ist Clay. Ah, okay. Ja, gut. Danke dir, Plüschi, für den Host. Und Halleluja an alle von Plüschi. Wie geht's euch? Schön, dass du da bist. Seit. Bist. Wie auch immer. Und schön, dass du da bist, Plüschi. Wie geht's dir? So, und ich hab natürlich jetzt zu lange gewartet. Ich hängte die ganzen Bolzen. Alles deine Schuld, Tom. So. So. Anfall, Plüschi. Ja, uns geht's gut. Okay, also solange du von dir in einer Mehrzahl sprichst, ist alles gut. Ja, mir geht's auch ganz gut. Danke der Nachfrage. Und wie geht's dir, Tom? Richtig beschissen. Warum? Was ist los? Weil du mir nervst. Warum nerv ich dich? Weil du mich schon dreimal umgebracht hast. Zweimal. Dreimal. Zweimal. Ich hab mich drei Death Points von heute. Ja, und einmal bist du so gestorben. Da hab ich tatsächlich nichts mit zu tun gehabt. Die hab ich noch drin, die, die wo gestorben sind. Ich hab dich nur zweimal getötet. Mhm. Doch. Mhm. Zweimal mit dem Bogen. Und einmal, wo ich dich runtergeschubst hab, hast du mich auch noch hinterher geschubst. Ich hab dich einmal nur mit dem Bogen getötet. Da, wo du rausgegangen bist. Und davor einmal, wo wir uns gegenseitig runtergeschubst haben. Ja. Ja. Such grad, Alter. Kann man nicht nachgucken. Ähm. Müsst du beim Nachhinein nachgucken. Wobei, ich hab, ah ne, ich hab ja Reconnect gemacht. Äh. Kannst du Quests claimen, oder kann nur einer die claimen? Kann nur einer, glaub ich. Ah, shit. Ich brauch Redstone. Ich hab kein Bock, das Zeug herzustellen. Weil das so nervig ist. Hm. Multiplayer mit, muss man auf Team Kits geflogen sein. Du killst mich jedes Mal. Nicht umgekehrt. So. Charcoal. Haben wir ein bisschen was. Genau. Sicherlich auch einiges an Nita. Wir haben nur kein Chugga oder Chugga-Cain mehr. Doch hier. Okay. Da ist noch was. Oh Gott. So. Äh. Nur weil ich schneller reagiere, da bin ich mir sicher eine Vorbeugung. Tu mich auch. Wir müssen mal wieder Seven Days spielen. Unbedingt. Ich hab so Bock, das mal wieder zu spielen. Was willst du denn von mir? Ich hab doch nur meinen Kuchen verlassen. Shit. Ich wollte eigentlich dein Inventar voll Müllen lassen. Kannst du mir was anderes machen. Äh. Wie stoppt man den Kram jetzt? Ja. Wie funktioniert das wohl jetzt? So. Fertig. Warum ist man denn mit deinem Spiel da voll? So. Hier steht man ja, dass du Team Kids machst, wenn man dich nicht schnell genug stoppt hat. Ah, stimmt so was. Ja, so seh ich das auch. Hey. So stoppt man das aber nicht. So. Und. Ein paar davon wieder. Ich hab gleich ein Hellfire zusammen. Endlich. So. Ähm. Dann, dann, dann. Also ich bin am überlegen, wie lang wir machen. Irgendwie bin ich ganz schön fertig von der Woche wieder. Ich hab auch nicht viel geschlafen. Das ist deine eigene Schuld, nicht meine Schuld. Naja. Ja doch. Ich kann da nichts für, wenn du nicht schläfst. Oder nicht ausreichend schläfst. Du hast ja nichts zu mir gesagt. Geh jetzt ins Bett. Ich behaupte mal, du bist groß genug dafür. Nein. Ich bin ja klein. Ah, okay. Hast du ja zu mir gesagt. Ja, du bist ja der Winzling. Winzling. So. Äh. String, String, Stonebook. String, String. Und jetzt sind meine Kopfhörer. Ich krieg einen Anfall. Würde ich nicht mehr. Gut, dann kann ich jetzt ja wieder Läsler. Scheiße. Oh, jetzt ist das so. Da gibt's nochmal wieder. String. Na gut, noch bis zum nächsten Mal. Nee, noch nicht. Also, halbe Stunde oder so werde ich wahrscheinlich noch machen. Aber wir müssen unbedingt Seven Days spielen. Ja, die sind sehr. Die gehen noch nicht mehr an. Wett. Achso, stimmt ja. Ich höre ihn ja nicht. Nee, ich kann ihn ja hören, wenn er redet. Guck mal, also ich höre dich ja gerade nicht. Aber ich gucke mal, ob ich andere besorgen kann. Ja. Ja, einmal mit Profis. So. Oh, da oben ist er. Bam, weg ist er. Hat er was Sinnvolles gedroppt? Nö. War ja klar. So, ich sollte jetzt eigentlich genug für ein Hellfire zusammen haben. Ja. Äh, für so ein Hibachi. Dann sollte das jetzt ja eh nicht mehr passieren. Weil dann können wir das Ding nämlich brennen. Und dann sollte es, glaube ich, auch so funktionieren. Na, komm schon. Was fehlt mir noch? Hm. Irgendwas fehlt hier noch. Oder das ist einfach nur sehr langsam. Komm schon. Danke. Düdi, 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 dü. So, und einmal wieder gebrannten Stein. Und dann haben wir den ersten. So. Ähm. Da bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, die brauchen irgendwie eine Glocke oder irgendwas. Damit die halt immer wieder an- und ausgehen, sozusagen. Aber erst mal können wir den hier mit hinbauen. Dum, dum. So. Und. Zack. Und ich glaube nämlich, da muss ich jetzt. Ähm. Einen Lever oder sowas ranpacken. Ja, wobei das Ding könnte vielleicht auch klappen. Oh, dann werde ich aber wahrscheinlich unseren gesamten Redstone-Vorrat aufbauen. Oh. Oh, ich höre wieder was. Aber ist ja ganz schlecht. Oh, guck. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Nämlich der ist das, oder? Hallo? Äh, an die Gearbox in der, äh, wo der Bello dran ist, muss eine Glocke dran. Die bekommst du aus der Quest. Ah, okay. Hallo, Tom. Wie geht es Ihnen? Oh, Gott. Nee, mit dem Kopfhörner kann ich nicht spielen. Geht es Ihnen gut? Nee, ganz und gar nicht. Ich kriege Gehörsturz. Weil die schrecklich klingen. Das ist aber nicht gut. Weißt du, wie du klingst? Wie ein Model, so wie immer? Nee, als wenn du in einer Blechdose steckst oder sowas. Oh, du Scheiße. Das ist gar nicht cool. Ja, ich, das ist, keine Ahnung. So, den Kram brauche ich gerade alles nicht. Oh Gott, ich kriege einen. Ich habe aber keine anderen Kopfhörer. Ja, wir machen eh nicht mehr ganz so lange. Falls du das gerade nicht bekommen hast. Die sind ja alle. Die anderen. Oder hast du das nicht gehört? Doch. Doch, gut. Dann hatte ich meckern und jammern gehört. Naja, die stecken jetzt im Ladekabel, aber die brauchen halt ein bisschen. Ach, einmal mit Profis. Ich habe gedacht, ich habe die Vollwähler an, aber habe ich anscheinend nicht gemacht. Nee, hast du anscheinend wirklich nicht. Ach, schon wieder zu wenig davon. Nee, aber ich weiß nicht. Irgendwie fehlt mir heute ein bisschen die Motivation. Ich weiß nicht, was los ist. Oder was heißt Motivation? Ich bin einfach fertig vor einer Woche. Das ist das Problem. So. Dann kann ich jetzt das Ding aufsammeln. Mein Inventar ist immer noch komplett voll. So, der ganze Kram kann weg. Danke. So. Stimmt ja, ich habe vergessen, dass der Kram ja an eine Box ran muss. Äh, ich glaube, dann packen wir den einfach an der Box mit ran. Ich mache aber mal eine zweite Ebene. Wie gesagt, sag einfach mal früh genug Bescheid. Dann rennen wir einfach nach Apocalypse. Ja, also ich würde es halt super gerne machen, aber die Zeit ist einfach echt das Problem. Weil ich habe halt total Bock, mir auch die neuen Sachen von Seven Days mal anzugucken. Das neue Update. Oder das neue Update, was gefühlt schon seit einem Jahrzehnt draußen ist. Was ich noch nicht gespielt habe. So. Da kommt einmal der ran. Und dann haben wir den Kielen, der auch so ein Ding braucht. Äh, wo muss der denn hin? Ist das egal, an welchem Block der dann rangeht, das Feuer? Oder? Muss das an irgendeinem bestimmten Block ran? Tom, hörst du mich wieder? Ja, aber ganz schlecht. Ähm, bello. Ach, ne, gut. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt heute keine Lust mehr drauf. Ja, wollen wir sonst ein bisschen früher heute ausmachen. Ja, können wir machen. Oder wollen wir noch weitermachen. Ich weiß halt nicht, wie bei dir die Motivation ist, wenn du mich jetzt so blöd hörst. Das ist schrecklich. Deswegen, ja. Kannst du dir nicht vorstellen. Ja, wahrscheinlich jammerst du eh nur wieder, äh, ohne Grund, aber ist mal dahingestellt jetzt. Ich schicke dir die Teile per Post zu. Und dann kannst du die ja mal aufsetzen. So. Äh, wie würden wir denn jetzt Leder bekommen? Ach, über Mana in Fusion. Okay, ja gut, dann mache ich das doch. Dann ist das gar nicht so viel Aufwand. Wenn wir noch Mana haben, heißt das. Boah, hat noch gereicht. Okay, dann mache ich das doch noch. So, dann brauche ich nur mehr Gearboxen. Und zwar einen ganzen Haufen mehr. Und ich habe natürlich keinen Redstone mehr. Warum auch? Ähm. So, Zucker und Gunpowder war das genau. So, Gunpowder. Oh, ich kann, ich kann nicht mal mehr Gunpowder gerade machen, weil ich kein Feuer mehr unter dem Ding habe. Gehe ich zu Marik rüber. Ja, ich gehe kurz zu Marik rüber. So. Oh, hier fehlt auch ein Block. So, da darfst du sicherlich hier ein Bellow her. Was ist das? Äh, die sechs Sachen. Und gib ihn. Ähm. Hey. Oh nein. Geht das? Äh, stimmt, das geht ja nicht. Äh. Ach, warte, die hier. So, jetzt müsste es gehen, oder? Ja, jetzt müsste es gehen. Gut. So. Danke, Marik. Und Tom sagt jetzt gar nichts mehr. Keine Angst, nur du hörst dich blöd an. Die anderen Leute hören dich nicht so doof. Gut. Da da. U. Bis zum nächsten Mal.